Alter, du hast mir grad vier Herzen gemacht. Was? Vier Herzen Schaden gemacht. What the fuck? Ja, lass mal lieber, bitte. Ja, wusste ich ja nicht. So, da sind wir jetzt auch schon wieder im zweiten Part vom Battle. Und es ist ja nicht so auszuhalten, wie scheiße Leute die Spinnen sind. Hier ist irgendwo ein Spinnen-Spawn, deswegen hab ich jetzt meine Sound ausgemacht. Und ich brauch auf jeden Fall noch Glas. Verhoffen wir das zu klauen. Ja, da sind wir eigentlich so dumm. Also ich hab eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechsen halb Stacks so circa. Ich hab ein Stack. Okay, dann mach jetzt alles, du. Ich bin gewollte Bäume eh nicht mehr. Aber ich behalte die App immer. Was bringt denn dieses Mad Kid? Ist das nur Rechtsklick oder kann man das hinsetzen? Ich hab keine Ahnung. Ja, kannst du hinsetzen, probier mal. Ja, und dann? Ja, und dann? Dann bist du cool. Kannst dich ja irgendwie aufheilen. Ja, deswegen probier es erstmal noch nicht aus. Nein, das kannst du glaube ich belebig oft machen. Ja, aber dann muss ich doch immer wieder hinrennen, oder nicht? Wenn ich das einmal gesetzt habe, dann kann ich es wieder abbauen. Ja, ich weiß nicht. Du kannst es ja mal probieren, weil ich hab ja auch noch eins. Aha. Und jetzt? Das kann man nicht mehr abbauen. Hast du noch Wolle? Nein. Das kann man sich nur mit Wolle craften. Ja, ich hab schon noch Wolle, aber nicht mehr genügend. Hast du noch Glas? Nee. Du hast einen Glasblock fallen lassen. Ich hab Angst, dass jetzt welche Commons einfach überfallen. Ja, ich schau schon hier nach Namen. Wie konntet ihr alle so eine Base machen? Ja, die Base ist voll unnötig. Braucht man gar nicht. Braucht man eigentlich wirklich nicht. Nee, braucht man auch nicht. Ah, das lädt sich jetzt wieder auf. Was? Ah ja. Ah, jetzt lädt sich das dann wieder auf. Ja, das ist geil, das nehmen wir mit. Das kann man aber nicht mitnehmen. Das kann man nicht abbauen. Ja, ist okay, dann lassen wir das da. Ich hab ja noch eins. Warte mal, was ist das, wenn ich den Block da drunter abbau? Pass auf, die anderen haben bestimmt so Granatenwerfer und sowas. Du musst ein bisschen auf- aus. Vorsichtig sein. Ja, wir rushen hier einfach durch. Wow, Alter, die Fledermausse hat mich grad voll erschreckt. Okay, also ich würd sagen, wir gehen los, oder? Ja, schon, oder? Ich glaub, wir sterben jetzt gleich. Ist egal, ich lad das trotzdem auf. Auf geht's. Ja, ich lad das auch aus. Ja, die Mod ist echt guai. Okay, auf geht's. Oh, meine Thumbnails werden ganz bestimmt lila. Hey, lila. Okay, wo müssen wir jetzt lang? Ich hab keine Ahnung. Hallo, Huhn. Gomm, er ist tot und Sonic ist alleine. Tja. Hä? Ähm. Ähm. Der Ende ist einer. Ey, guck mal. Siehst du die Linie? Siehst du nicht die Linie? Oberhalb? Die Bedrock-Linie? Ja und? Ja, wir durften die doch gar nicht übertrieben. Übertreten. Oh. Aber die machen das drauf gerade. Ja, scheiß drauf. Alter, lol. Hier ist doch gleich. Komm, komm. Dreh dich um, dreh dich um. Wo bist du? Alter, hier ist dabei. Zerronic. Alter, es sind viel zu viele. Ja, Zerronic ist tot. Okay. Wer denn gekillt? Äh, Kev. Hier, da, da rein, da rein, da rein. Der Shotgun. Pass auf, pass auf. Oh fuck. Weg da. Luke. Wollen wir das riskieren? Alter. Zielt auf den Eingang. Oder kommt da einer? Ich pass auf. Ne, da kommt keiner. Zielt auf den Eingang. Au. Warte, ich schleiche mich nach oben. Zielt auf den Eingang. Nein, du darfst nicht liegen. Bleib du umgezogen. Okay. Und ich geh da jetzt hoch. Bleib du ungesneakt. Ja, ich bleib, bleib ungesneakt. Alter, pass auf. Oh Gott. Ah. Nein, es leckt. Scheiße. Alter. Oh, ist das ein Battle. Man trifft auch mit dem Mod 0, ne? Ja. Fuck, fuck, fuck. Ich snipe dir mal. Alter, wendisch, die sollen sich mal wendischen. Nein, kommt noch mal einer. Da hinten kommt noch ein Team. Geh weg, geh weg. Wir ziehen uns zurück. Lass uns die erst mal kämpfen. Komm, 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 komm. Jo, jo, jo. Warte, wir dürfen nicht über die Linie. Das haben wir vorhin voll missachtet. Also wir durften eigentlich gar nicht weiter als hier. Ja, aber ich hab die Linie nicht gesehen irgendwie. Ja, ich hab die auch nicht gesehen. Das verwundert mich jetzt auch gerade, dass das auf einmal eine Linie ist. Ja, ich denke, das ist nicht so schlimm, wenn wir jetzt die 10 Meter überschritten haben. Wir sind ja danach direkt wieder rein. Fuck, fuck, fuck. Ist ja nicht so, dass wir weiter... Geh weg, geh weg, geh weg. Oh, ich sterb. Ich sterb. Nein, nein, nein. Renn, 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 renn. Du guckst tot. Halbes Herz, halbes Herz, kein Scheiß, halbes Herz. Warte, ja, ja, renn. Alter, ich krieg auch übel Damage. Wie treffen die so gut, Alter? Weiß ich nicht. Ich kann mit der Mod nicht treffen. Komm, wir ziehen uns jetzt erstmal ganz schnell zurück. Ja, wieder die Linie. Ach, die Linie, die kann mich, Alter. Linie für den Arsch. Was? Team Lila raus? Abbauen verboten. Team Lila raus, ihr könnt mich. Nö. Ja, außerhalb. Wir wussten, wir haben die... Ja, jetzt haben wir es gerade gesehen. Ja, toll, aber trotzdem. Da ist Battle angesagt. Ja, komm, wir gehen jetzt einfach rein, als ob wir jetzt raus sind. Ernsthaft, die können mich ganz im Ernst. Bei so einer Scheiß-Linie, wenn man so... Sorry, wenn man vielleicht eventuell bisschen zu blöd ist, eine richtige Linie zu machen, dann tut es mir leid. Oder eine Glaskuppel, das ist eine Sache von zwei Sekunden mit WorldEdit. Ja. Alles im Ernst. Die Linie war schon komisch. Aber ich denke... Erstens sieht man die Linie. Wenn man nicht darauf achtet, sieht man die Linie nicht. Zweitens... Zweitens... Seidens egal, komm, wir spielen jetzt einfach mit. Scheiß doch drauf. Ich hab nur keinen Bock, dass die Abonnenten noch rumflamen werden. Flamen keiner rum. So, ich kill jetzt ConCraft. Guck, Nollop geht auch außerhalb der Linie. Ja, eben. Achtung. Hinter uns dann noch. Jo. Nice. Ich hab ihn. Ich hab ihn. So, jetzt da hinten ist noch Nollop. Der Nollop. Boah, die Pumpgun ist edel. Ich schau noch, ob jemand da hinten ist. Luke, Luke, Luke. Lass schnell. Lass schnell. Lass schnell. Bleib schnell zurück. Bleib schnell zurück. Hast du Schaden begnommen? Ja, jetzt. Jetzt hinterher. Okay. Ich will nicht allein rumwenden. Oh, Dennis. Ist Nollop jetzt eigentlich... Nollop? Ne, Nollop ist nicht alleine, oder? Ne, ne. Ne, das ist auch nicht Nollop Space. Schnell weiter. Ja, die scheißen eh alle auch auf die Linie. Ja, die Linie ist jetzt eh egal. Ich glaub, da sind noch mehr rausgegangen. Schau mal, wie klar... Viel mehr. Die haben sich ja außerhalb gebattelt die ganze Zeit. Da haben wir es ja erst bemerkt, dass die Linie... LOL. Toll. Chunk Error. Warte, ich muss schon... Reconnecten. Alter... Nein, warte ich. Dann bleib ich zurück. Ich hab immer noch Chunk Error. Warte mal. Irgendwie Single Player. Zieh ich mal zurück. Zieh ich mal schnell zurück. Ich komm gleich. Ich hab irgendwie den übelsten Chunk Error. Luke? Ja, 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 ja. Ja, zieh ich zurück. Irgendwie. Ich weiß nicht, ich hab da... War das... Das waren Zeronics. Können die sich mal venischen? Das ist voll verwirrend. Shutting down. Jetzt mach doch einfach Minecraft. Also wenn du da bist, dann... Scheiß auf den internationalen Server da. Ich hab grad eine Single Player Welt einfach schon erstellt. Ja, ich muss jetzt irgendwie... Ah, jetzt. Komm, mach. Oh, jetzt ist Minecraft aufgekackt. Ist egal, warte. Alter Scheiße. Komm, mach. Oh, ich hasse Mojang. Mojang Minecraft, ja? Ja, den hasse ich auch. Total. Mach hin, ey. Das ist ein Orangenes Schaf, lol. Los jetzt! So. 3, 2, 1. So, da bin ich jetzt auch schon wieder. Bla, bla, bla. Direct Connect. Connect jetzt endlich. Ja, kein Junkero mehr. Ja. Ich bin hinter dir. Ich bin bei dir. Wo bist du? Bei dir. Sehr schön, okay. Perfekt. Ja, der ist irgendwo da hinten gerannt. Keine Ahnung. Wir laufen jetzt einfach mal die Linie entlang. Und zack, 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 zack. Uh! Ach, da bist du. Ey, wo bist du? Ich bin bei dir. Bei dir. Bei dir. Vor dir. Hinter dir. Überall. Dener Dirk was slain by Dener Dirk. Dener Dirk. Not up. Not up. Mhm. Okay. Ich mach einen auf Tarzan. Nein! Warte, da hinten, hier ist jemand gestorben. War das vielleicht Diner? Ich bin kein so guter Tarzan, muss ich sagen. Wenn das Diner war, was ich irgendwie vermute... Ah, ich bin bei der grünen Base. Warte, warte, warte. Chill, chill, chill. Ja, da, ich seh die auch. Ja. Ist die hier hinten vielleicht noch da? Ne, die müssen irgendwo anders sein. Ich muss essen. Stopp, stopp, stopp. Ich hab so viel Stuff. Ahhhh. Ich hab'n Dierschwert. Ich weiß, wieso man die Leute gut findet. Ich seh's grad im Chat, weil die die ganze Zeit drüberfliegen und somit dann man die Leute sieht. Und jetzt, da weiß man wo einer ist. Das ist natürlich auch scheiße. Chimma? Oder bist du schon wieder am Wack-Raisen? Ne, ich bin wieder zurückgegangen. Wo bist du? Bei der grünen Base. Äh, ja. Oh, ja. Alter, du hast mir grad vier Herzen gemacht. Was? Vier Herzensschaden gemacht. What the fuck? Ja, lass mal lieber, bitte. Ja, das wusste ich ja nicht. Ach, ich hoff nicht. Genau, Mann. Was hast du mit dem Schaden gemacht? Genau. Was hast du mit dem Schaden gemacht, bitte? Mit der hier? Mit der Axt? Alter. Kacke. Ach, kein Wunder, dass man... Lass mal mit... Na, darf man ja nicht. Man darf... Ah, was seid ihr? Hallo? Hallo? Ist denn jemand? Hühnchen im Baubon. Ist da jemand daheim? Au. Ich bin drunter gefaust. Ist ja das Scheiß-Schnupfen daheim. Ups. Toll. Da ist einer. Warum will ich nur... Okay, auf geht's. Da? Bist du hinter mir? Ja, 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 ja. Ah, da ist er. Ah, okay. Ich hab da... Nein, ich dachte schon, ja. Nein, ich bin drunter gefallen in so'n Loch. Fuck. Ich hasse sowas. Ist das hier noch? Nein, oh, oh, ich bekomm Damage. Boah, diese Scheiß-Granaten-Dinger immer. Ah, nur von der Base oder so sind die. Ah, da hier hinten. Hier hinten ist Kev. Ja, warte, ich sag mal. Wo? Da hinten, hier hinten ist Kev. Der rennt weg. Ja, 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 ja. Lass Kev holen. Wir sind immerhin zu zweit. Mhm. Ist Ungespielt schon raus? Oder mit wem war der? Mit Dehner? Kein... Kein Plan, ob der schon draußen ist. Aber Dehner ist tot, das wissen wir. Ja, Dehner ist auf jeden Fall tot. Ich glaub... Ist das erstmal der Kev holen? Wir gewinnen das Ding noch ohne Base, ey. Alter. Das ist halt der Vorteil in der Base, ne? Darf man die Dinge überhaupt abbauen? Ja, nein, du darfst nichts kaputt machen. Okay, darf man nicht. Okay. Ah, okay. Das ist dumm. Warum darf man denn nichts abbauen? Das war langweilig. Naja, von der Base nicht halt, ne? Ja, pfff. Sollen alle weggehen. Voll die geile Base. Alter, 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 alter. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Ich muss weg, ich muss weg. Boah. Oh, da hinten battlen sich noch mehr. Fuck. Ja, da renne ich halt auch lieber zu dir. Ja, der hat auch Damage bekommen, auf jeden Fall. Oh mein Gott, ey, das ist richtig geil mit dem Mod. Boah. Aber das ist ein bisschen kleines Spielfeld irgendwie. Noch so. Ich weiß nicht, oder zu viel Hügel, Bäume oder auch immer. Ich hab gar nicht mehr so viel Money. Hast du noch Money? Wie viel hast du noch? Äh, ein paar, drei, vier Stacks sowas. Ich hab noch zweieinhalb. Kannst du mir mein halbes Deck noch geben? Da, hier hinten. Wo? Wo? Ah ja, ich hab das, oder? Ne, ich glaub ich hab das nicht bekommen. Alter, fuck, ich hab... Team Lila, ihr dürft in die Basis. Ja. Ach so, ja. Wow, okay. Stimmt eigentlich. Ja, aber trotzdem wollen wir nicht das... Schau, erstens können wir nur die da... Wie sollen wir denn in die Basis, Alter? Ganz im Ernst. Und zweitens... Wir dürfen noch nichts abbauen. Nein, ich bin tot. Drei Herzen. Wir dürfen doch gar nichts abbauen, oder? Das ist... Loot weg. Ja, ja, okay. Ich muss weg, ich muss weg. Ich muss recken, Alter. Ich hab vier Herzen. Okay, mach das schon. Mal das Healding aufbauen hier. Ja. Das geht. Da hinten ist ein Healding. Geil, okay. Okay, okay, okay. Nein, du musst mit der Shotgun, mit der Shotgun. Habe ich hier. Das hatte ich ja die ganze Zeit. Oh, das geht so nicht mal nicht. Boah, Alter, das zieht übelst viel, so ein Treffer. Alter. Seit wann darf man denn... Hier, wir dürfen rein, ja, wir dürfen rein. Alter, treff doch mal! Geh weg! Da hinten ist noch ein Export. Geh weg! Boah! Ne. Ja, ich bin tot. So gut wie. Ja, ich auch. Ich hab noch... Wie viel hast du noch? Eins. Ich hab noch drei. Komm, zieh's zurück. Zieh's doch zurück. Ja, bleib da, bleib da. Bleib da, bleib da. Bleib da, bleib da. Bleib da, ist gut. Ja, hab gerade noch, äh... Ja, die Seal teilgenommen. Alter, die... Boah! Hast du echt nur ein oder zwei Treffer, dann hast du übelst viel Leben verloren. Ja, aber es ist gar... Ist nicht so schlecht, finde ich. Weil dann ist halt wirklich Paintball-Feeling. Ja, ja, ja. Schon wahr zum Feeling halt. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Boah, halt mal auf, die ganze Zeit im Chat die ganze Zeit rumzuspamen. Immer nur Flame, ey. Das regt mich irgendwie voll auf. Mhm. Weil... Irgendwie... Viele nicht verlieren können. Man kann ja dann einmal Flamen oder so, wenn man... Ich passe... Da hinten ist Export. Der, der macht Sniper-Skills. Loil, der hab ich getroffen. Ja, ich hab den auch. Oh! Alter, das macht so Damage, wenn dich einmal trifft, hä? Hä? Kev? Achso, Kev ist tot oder was? Naja. Ah, okay. Lol. So, wir gehen jetzt hier hoch. Hier hoch. Ah, ich seh den. Ich hab meine... Warte mal. Alter. Ah, ich dachte jetzt... Tür machen. So, warte. Komm hier. Okay, aber... Du kannst doch die Dingern echt nicht treffen. Also, Orange ist hinter... Gelb her. Einmischen? Ja, die sind da ganz hinten. Ja, ich seh den. Lol. Alter. Was war das? Egal, komm. Ja, warum hat Kev uns jetzt... Alter. Alter. Okay, okay. Was soll das? Das leckt bei mir in beiden Mods extrem, wenn ich meinen Render Distance hochstelle. Nö, ich hab Render Distance V und hab 100 FPS in der Aufnahme. In der Aufnahme 100 FPS. Ja, ich hab 40 FPS nur und... Nö. Nö, du bist expert. Ich wär ja mal dafür, zu da jetzt hinrennen. Warte, ich stell mal meinen... Das Gute ist, ich kann die Sensibilität meiner Maus verstellen. Sonst kann ich's mit einem Kampf machen. Ey, wenn ich ziel und dann... Alter. Log, lauf mal nicht allein. Ess mal was, ne? Nö, bei mir ist alles klar. Ich werd von hinten attackiert. Ich bin tot. Alter, ich... Das ist LOL! Wie LOL ist denn das, bitte? Ich steh vor Nodob und ich treffe nicht. Wie, wie, wie... Ja, LOL. Wie kann die... Ich kann mit den Dingern einfach nicht treffen. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Lass mal Singleplayer Let's Play anfangen. Hey Leute, damit herzlich willkommen. Zum ersten Part vom Singleplayer Let's Play. Ja. Stirb, du Aussage! Ja, aber wir waren ziemlich gut dabei. Ja, voll nicht. Naja, doch. Naja, scheiß drauf eigentlich. Ich kann... Ist mir eigentlich voll egal. Es geht nur um Spaß. Und den hatte ich auch, wenn den ich verloren hab und so. Aber, äh... Aber jetzt ganz zum Abschluss müssen wir im Chat schlen. Flame. Ja, boah! Flame, ihr seid alle scheiße went on. Ey, war voll der... Ne, ich fand's echt cool. Also ich fand den Mod allgemein geil. Naja, das ist das einzige was ich an der Mod zu bemängeln muss. Man hätte ihn halt noch so ein bisschen optimieren können. Man hätte noch ein paar Sachen besser machen können. Oh Gott! Aber es hat einfach gepasst so. Und bei so einem Mod kommt's halt auf Luck so ein bisschen an, ob man trifft. Ja, auf Dauer eigentlich nur Glück so in dem Sinne. Ja, und... Ja. Wir haben halt... Wir sind halt aus Bayern. Wir haben halt kein Glück. Ja, wir können halt... Wir können halt nur viel trinken. Wir können einfach nur trinken. Deswegen machen wir jetzt hier meinen... Beste, wo es gibt. Beste, okay, ja. Gut. Ähm... Penis. Mixer-Chi, ich kann's empfehlen. Wer 16 ist. Boah, bei mir leckt so. Ich disconnect jetzt einfach mal. Ja, nicht vorher trinken, ja? So, äh... Ja, wir haben schon... Wir haben schon nach sechs. Und das heißt, ich... Nach acht, du Lappen. Also nicht, weil ich Geburtstag hab', sondern... Vor sechs trinkt man eigentlich kein Bier, aber... Wir sind aus Bayern. Wir dürfen zu jeder Jahreszeit, Ruhrzeit, alles Bier trinken. Gut. Ja, ja. Willst du noch irgendwas sagen? Nö, ich will eigentlich nichts mehr sagen. Was mich an der Mod nur stört, dass man nicht so wirklich gut treffen kann. Ja. Das ist wirklich... Dass man wirklich eigentlich nur reinsprayen muss und dann irgendwie auf gut Glück da mal irgendwie so eine Munition dann halt irgendwie trifft. Und das halt irgendwie dann relativ mies ist. Und... Ja, keine Ahnung. Ja, das ist wirklich ein ziemliches Glücksspiel eigentlich. Ja. Aber, äh... Ja, hat trotzdem Spaß gemacht und... Ich mein, ich stand genau vor Nordop, hab reingesprayt und ich hab' gesehen, wie die Teile einer da vorbei gingen und so, weißt? Ja, genau, genau. Ist echt genauso. Genau. Naja, naja. Egal. Ich fand's witzig und, ähm, ja. Ja, schon mal Luke vorbei dem Hundesohn und... Bei Blackcraft auch ein bisschen. Nee, nee, bei mir braucht der... Bei mir... Bei mir gibt's nur Bier. Okay, das war's. Ja, bei mir aber auch. Okay. Ja, okay. Also dann bis zum nächsten Vor... Nee, bis zum... Bis zum nächsten irgendwas Minecraft. Ja, genau. Und tschüss. Tschüss. votös machen Sie mich auf dem But we're gonna love für euch. Tschüss. Machara Ian B injust. Tschüss, Julian. Det ist extrem когда ich bin so ähnlich. Du bist. Ten Decertal. personnel não. Wie many如果你 hat, das weiß. Tremst du saturator am. Wenn du bist, bist du cannot. Deal. Na, du bist bist bleorar ein paar Ältionole. Wat bin todos ta That war? айтесь内相信. Tremst du Boxirasiner. Um,�� dich? Ya Taken wiederum